liebe zuseherinnen liebe zu sehr noch ein flugzeug ja es gibt sie doch noch schauen wir mal was bei dem los ist wie viel dahinten rauskommt nix überhaupt nichts kommt da raus oder kommt da was raus komisch oder die luftfahrt ist auf einmal harmlos geworden keine streifen obwohl sie uns immer wieder gesagt haben ganz normal kontenstreifen sind ständig ein dauerndes phänomen und ja es ist jetzt sehr kühl wahrscheinlich wegen der klimakatastrophe gar keine frage aber auf einmal kommt aus den flugzeugen nichts mehr raus die letzten tage sehen wir nichts mehr und wir sehen fast keine flugzeuge mehr im himmel es ist bemerkenswert was was ist da los was soll das na gut hundertfacher zum und jetzt gehen wir zurück und ich vermute er wird dann auch nicht mehr zu sehen sein ende 33 25 fach siebzehn fach acht fach sechs vier drei zwei eins null ende